Hallo, ich bin hier am Schloss Schönbrunn, schauen uns gerade die Philharmoniker an. Und hier ist Florian Laumer, arbeitet für Develop, Experten im Bereich Enterprise Content Management. Und er wird uns jetzt kurz erzählen, der Florian, warum er SharePoint 2010 so liebt. Bitteschön, Florian. Ja, um es kürzen und knackig bei dieser emotionalen Musik auf den Punkt zu bringen, schaut es meinen Blog an, www.florianlaumer.de, alles was SharePoint 2010 betrifft, alles an Enterprise Content Management, Strategien und Features und schaut es euch an. Expand your life, expand your SharePoint, see you. Danke. Danke, Florian.